I am the Jochen, das ist der Frühsport für Donnerstag, den 1. Februar 2024. Schönen guten Morgen. Der 1. FC Kaiserslautern scheint seine Krise überwunden zu haben und steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Bei Hertha BSC gab es ein 3 zu 1, relativ ungefähr. Die haben eigentlich dauernd geführt, die Lauterer. Und damit haben wir nach Düsseldorf mit Kaiserslautern den zweiten Zweitligisten im Halbfinale. Nächste Woche wird auf jeden Fall noch ein Bundesligist dazukommen und vielleicht ja sogar noch ein Drittligist. Saarbrücken mischt da ja auch noch mit. Dienstag und Mittwoch geht es weiter. Ich habe es ja schon gesagt, das Viertelfinale ist jetzt ein bisschen gezogen über zwei Wochen. Aber Hertha BSC wird weiter träumen müssen vom Finale im eigenen Stadion und Kaiserslautern und Düsseldorf träumen natürlich jetzt vom großen Los. Wobei, ich weiß nicht, ob Saarbrücken jetzt... Saarbrücken-Kaiserslautern wäre schon ein Highlight im Halbfinale, oder? Wir müssen Saarbrücken erstmal gewinnen. Halten wir mal die Bälle flach und dann Leverkusen-Düsseldorf im Zweiten. Wir werden sehen. Nächste Woche gibt es dann die anderen Halbfinals und dann sind wir schlauer. Aber Asien-Meisterschaft. So, da sind wir jetzt endlich durch mit dem Achtelfinale. Das ging ja auch irgendwie tagelang. Japan gewinnt 3-1 gegen Bahrain und dann gibt es noch ein Elfmeterschießen zwischen Iran und Syrien. Das gewinnt am Ende der Iran. Und damit sind wir auch hier komplett in beiden Wettbewerben, sowohl im Afrika-Cup als auch im Asien-Cup, stehen die Viertelfinalspiele bevor. Allerdings erst ab morgen. Deswegen verzichte ich jetzt darauf, sie euch schon mal zu nennen. Das werden wir dann morgen natürlich zelebrieren an dieser Stelle. Dann gucken wir auf die Champions League der Frauen. Da gab es zum Abschluss noch ein 5-0 für Frankfurt gegen Rosengard. Aber wir wissen ja schon seit gestern, brachte nichts mehr. Sind trotzdem ausgeschieden, die Frankfurterinnen. Und ein 4-4 zwischen Benfica und Barcelona. Das sind dann so diese letzten Spieltage, wo sie dann nochmal alles rauslassen. Barca gewinnt die Gruppe vor Benfica. Und in der anderen Gruppe Lyon, Gruppensieger nach einem Unentschieden gegen Slavia Prag. Und Brann gewinnt gegen St. Pölten und wird Gruppensweiter. Aber auch das wussten wir schon vorher, wer da weiterkommt. Da war jetzt kein großer Spannungsaufbau mehr drin. In der spanischen Liga gab es Nachholspiele. Barcelona gewinnt gegen Osasuna. Und Atletico schlägt Rayo Vallecano. Das heißt, an der Tabellenspitze bleiben natürlich Girona und Real. Aber Atletico und Barcelona haben da wieder ein kleines bisschen Bodengut machen können. Und dann haben die Premier League noch gespielt gestern. Manchester City gewinnt gegen Burnley. Tottenham Hotspur gewinnt gegen Brentford. Zwar knapp, aber sie gewinnen. Und Liverpool gewinnt deutlich gegen den FC Chelsea. Damit Liverpool in der Premier League weiterhin vorne weg. Jetzt mit, was haben wir, 51 Punkten. Manchester City und Arsenal haben 46, also 5 Rückstand. Aber City noch mit einem Nachholspiel. Könnten also auf 2 verkürzen. Und Tottenham und Ersten Villa jetzt punktgleich. Aber auch schon 8 Punkte hinter Liverpool. Und dann kommt lang nichts, bis die nächsten Verfolger kommen. Gucken wir uns nächste Woche wieder in Ruhe an. Und am Dienstag dann in den Tabellen hier im Frühsport, wie jeden Dienstag. So, dann gucken wir mal auf den Fußball von heute Abend. Viel gibt es nicht. Es gibt noch ein bisschen Premier League. West Ham gegen Bournemouth um 20.30 Uhr. Und um 21.15 Uhr haben wir Man United zu Gast in Wolverhampton. Beides auf Sky Premier League zu sehen. Wir haben aus Spanien noch Real Madrid gegen Getafe. Beziehungsweise in Getafe. Auch das ist noch ein Nachholspiel. Da kann Real die Tabellenführung wieder übernehmen von Girona. Auf der Zone das Ganze live zu sehen. Und mehr ist es aber auch nicht. Aber es ist ein bisschen Tabellenbegradigung. Und die ist ja immer gern gesehen. Tennis. In Linz ist Jule Niemeyer ausgeschieden gegen Alexander Rova. Leider. Hier haben wir jetzt noch Annalena Frieza mit dem Doppel mit dabei. Okay. Aber ansonsten ist das Ding soweit durch. Wer Bock hat auf Tennis kann heute natürlich wieder gucken. Ab 14.00 Uhr. ATP in Montpellier und WTA in Linz auf Sky Tennis könnt ihr euch mit vergnügen. Die Eishockey-Freunde können ab Mitternacht reinschauen bei Sky Sport. Da startet nämlich das NHL All-Star-Wochenende mit den ersten Vergnügungen. Ich weiß gar nicht, was sie da heute machen für Spielchen. Die haben ja immer so irgendwelche komischen Skills-Competitions. Die Eishockey-Freunde wissen Bescheid. Also dieses Wochenende ist All-Star-Weekend. Ich werde nicht näher darauf eingehen. Wer Lust hat, möge es gucken und kann gerne in den Kommentaren sich daran ergötzen, was da los war. Ich weiß es nicht und das interessiert mich auch nicht, weil es ist kein richtiger Sport. Es ist mehr so just for fun und das lehnen wir ab hier. Wir wollen hier ganz knallharte Ergebnisse und Fakten. Zum Beispiel vom Basketball-Eurocup. Ulm verliert gegen Thessaloniki und Göttingen gewinnt beim Balkan. Noch relativ deutlich im Europe-Cup. Und in der Volleyball-Champions-League schlägt Berlin Tour und im CEV-Pokal schlägt Lüneburg Milan. Das ist auch ein Ergebnis aus dem Volleyball, aus dem Internationalen von gestern. Gucken wir mal, was es heute noch Schönes gibt. Es gibt im meisten Eishockey, 1930 zum Beispiel aus der DEL eine Paarung. Und zwar München gegen Straubing. Das ist nicht nur ein bayerisches Duell, das ist auch tabellarisch interessant, weil wir haben fünf gegen drei. Also zwei Teams, die oben rum mitmischen. Live ab 1930 auf Magenta-Sport zu sehen. Dann gibt es Tennis, habe ich schon gesagt. Dann gibt es heute wieder Champions League im Volleyball bei den Frauen Stuttgart gegen Potsdam. Das gibt es live zu sehen auf Sport Deutschland. Gegen Gebühr natürlich. Es ist ein Achtelfinal-Duell. Zwei Deutsche also gegeneinander. Dazu im Challenge-Kampf noch Wiesbaden bei Novara zu Gast. In der Euroleague geht es wieder rund. Das gibt es live zu sehen übrigens auch auf Magenta-Sport-Sport mit der großen Euroleague-Konferenz. Darin auch Alba Berlin gegen Valencia und Bayern München gegen Olympiacos. Wer also Bock auf Basketball hat, schaue da rein. Es geht dort los um 19.30 Uhr auf Magenta-Sport und Magenta-Sport-Sport. Und dann habe ich noch was für euch. Ja, es ist die Hallen-Hockey-Europameisterschaft startet. Die finde ich aber tatsächlich immer auch nicht so ganz spektakulär. Deutschland eröffnet heute gegen Spanien. Aber es beginnt heute auch die Premier League of Darts. Das ist was, das werden wir jetzt wochenlang sehen. Jede Woche ein kleines Turnier mit denselben acht Spielern. Ihr wisst, die werden ja offiziell nominiert. Per Akklamation. Peter Wright ist dabei. Der eröffnet heute gegen Rob Cross. Dann haben wir Gervin Price gegen Nathan Espinel. Dann stand Michael Van Gervin, genau, gegen Michael Smith. Und den Abschluss macht Luke Littler gegen Luke Humphreys. Das ist das Finale der vergangenen WM gerade gewesen, Anfang Januar. Jetzt haben wir es wieder. Das sind die Viertelfinals. Und danach gibt es dann Halbfinalsspiele und ein Finale. Und dann gibt es die Woche drauf. Wieder dieselben acht Spiele in so einem kleinen Turnier, aber immer wieder in neuen Konstellationen. Also jeder fängt mal an gegen jeden anderen. Und dann gibt es daraus immer wieder neue Halbfinals und Finals. Und dabei sammelt man Punkte und dann gibt es ein Ranking. Und am Schluss kommen dann die Besten ins Finalturnier. Also wer Bock auf Darts hat, das ist ein überschaubares Turnier mit acht Spielern. Man muss jetzt nicht die ganze Welt kennenlernen. Aber die acht lernen wir, glaube ich, ganz gut kennen, weil sie ja im Idealfall auch dreimal spielen im Laufe des Abends. Zu sehen das Ganze ab 20 Uhr zum einen auf The Zone und zum anderen auf Sport 1 natürlich. Der Witz hierbei ist aber auch, dass jede Woche der Schauplatz wechselt bei dieser Premier League Darts. Hier fangen wir heute an in Wales, genauer gesagt in Cardiff. Und dann wird das die nächsten Wochen quer durch den Kontinent meandern. Meandern passt, glaube ich, noch so ein bisschen vielleicht an der Stelle. Ich sollte aufhören. Das war's. Also auch heute jetzt nicht der allergrößte Sporttag, aber ich hoffe, dass ein bisschen was Nettes vielleicht für euch dabei ist. Und dann haben wir vielleicht ja morgen wieder was im Angebot. Was haben wir noch heute? Ne, da ist nichts mehr. Ja, morgen geht es wieder richtig rund. Da haben wir wieder viel Wintersport dann dabei. Und dann kommen auch die Fußballfans wieder auf ihre Kosten, wenn das Fußballwochenende wieder ansteht und, und, und. Einfach reinschauen. Hier beim Frühsport, danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und einen schönen Tag euch. Viel Spaß beim Sportgucken. 1.